München, ganz unten. Thomas Moses macht sein Zuhause sauber. Er war mal Einzelhandelskaufmann, hat einen Getränkemarkt geleitet. Ein Schlaganfall warf ihn aus der Bahn und aus seinem alten Leben. Seit über zwei Jahren schläft er hier, unter der Brücke. Tagsüber blende ich das ganz gut aus und abends, wenn ich da hier mein Bettzeug auspacke, dann kommt mir der Gedanke immer, du hast doch mal eine Wohnung gehabt, du hast doch mal ein Dach über dem Kopf gehabt, du hast mal ein Auto gehabt, du hast das gehabt, du hast das gehabt. Vorne im Doppelbett schlafen Maria und Viktor aus Ungarn. Janosch aus Polen hat seine Matratze am Ende der Brücke. Ein bisschen Geselligkeit außerhalb der Gesellschaft. Wie viel Grad? Minus 14. 14. Janosch lebt vom Flaschensammeln. Thomas Moses hat sogar einen geregelten Job. Arbeitet vier Tage die Woche als Entrümpler. Eine Wohnung kann er sich davon nicht leisten und im Obdachlosenheim wollte er nicht bleiben. Zu viele Betrunkene. Ein Freund zeigte ihm den Schlafplatz unter der Brücke. Die erste Nacht war hart. Da stand ich daheim und sagte, nein, das packe ich nicht. Und der ist halt so direkt, der ist aus Bayern. Da habe ich gesagt, ja komm, das scheißt ja nichts. Und ich gehe da hinten in das Bett, der kommt nicht mehr, der ist weggangen und du kannst pennen. Und die erste Nacht habe ich gar nicht geschlafen. Ich habe geschaut, ob keiner kommt. Ira ist hier gern gesehen. Sie und die anderen Nachbarn vom Haus oben drüber bringen warmen Tee, eine Mahlzeit, Wärmflaschen. In den kalten Monaten jeden Tag, Punkt 8 Uhr abends. Ira sieht die Menschen unter der Brücke jetzt mit anderen Augen. Mir war zum Beispiel auch gar nicht klar, dass es Obdachlose gibt, die wirklich auch einem Beruf nachgehen. Ich habe halt wirklich so dieses Penner mit der Bierflasche, so hat man oft das Bild. Auch Thomas Moses Arbeitskollegen wissen nichts von seiner Obdachlosigkeit. Er führt ein Doppelleben. Das ist wie ein Lichtschalter, dann habe ich eigentlich bloß noch eins im Kopf. Die U-Bahn, die Arbeit, wer ist heute da, wer nicht. Wo fährt man heute hin? Da stelle ich komplett um auf Arbeit. Trotz Arbeit keine Wohnung. Dabei hat Thomas Moses Anspruch auf staatliche Hilfe. Maximal 642 Euro Brutto-Kaltmiete würde das Sozialamt übernehmen. Doch 30 Quadratmeter kosten in München auf dem freien Wohnungsmarkt bis zu 1000 Euro. Zu viel für Menschen wie Thomas Moses. Wenn er frei hat, fährt er Bahn. Thomas Moses hat eine Monatskarte und in der Bahn ist es zumindest warm. Er gibt sich Mühe, nicht aufzufallen. Verdeckte Obdachlosigkeit wird das genannt. Gepflegtes Äußeres gehört bei mir dazu. Ich achte darauf, dass ich mich regelmäßig rasiere, dass ich mich jeden Tag oder jeden zweiten Tag dusche und jeden Monat auch mal beim Friseur bin. So sieht man das nicht, finde ich. Oder mich hat noch keiner angesprochen. Oder, wie gesagt, das ist ein Gefühl der Zugehörigkeit. In Deutschland gibt es keine Statistiken zur Obdachlosigkeit. Nach Schätzungen wird es bis 2018 bundesweit 536.000 Menschen geben, die keine Wohnung haben. In München gelten derzeit 6.000 als akut wohnungslos. Die Dunkelziffer liegt noch höher. Nadine ist 19. Sie war Einzerschülerin. Schon früh gibt es Ärger mit ihrer Mutter. Mit 14 zieht sie zum ersten Mal aus, in eine betreute Einrichtung der Jugendhilfe. Doch auch da haut sie ab. Mit 18 Jahren schmeißt sie die Schule. Sie lebt in den Tag hinein, fährt U-Bahn ohne Ziel. Meistens dann ein, zwei Stunden. Also richtig, ich bin auch mit den U-Bahnen immer hin und her gefahren. Meistens dann halt mit der... Immer so von Endstation bis zur Endstation. Zunächst ist alles noch ein Abenteuer. Sie macht Party, übernachtet bei Männern. Doch irgendwann erträgt sie es nicht mehr. Ich habe halt mir oft überlegt, ob ich wieder zu meiner Mutter zurückgehen sollte. Aber rein aus Stolz wollte ich das halt irgendwie nicht. Und dann bin ich halt ab und zu zu Besuch zu ihr gekommen, habe ihr erzählt, ja, ich arbeite da und ich habe hier eine Wohnung und ja. Nadine kommt aus der Abwärtsspirale nicht mehr heraus. Schließlich übernachtet sie auch auf U-Bahn-Toiletten. Das war echt ekelhaft. Es war wirklich... Also, dass man schon so sinken muss, das... Das macht mich schon echt traurig, aber... Erst als sie schwanger wird, sucht sie Hilfe und kommt in der Erstanlaufstelle für obdachlose Frauen des Evangelischen Hilfswerk unter. Hier hat sie ein eigenes Zimmer, ein Zuhause, aber nur für ein paar Monate. Und dann? Ich weiß nicht, irgendwie jemandem erzählen zu müssen, dass man auf der Straße schlafen muss, ist... Du fühlst dich halt dann einfach irgendwie... Du hast halt Angst, dass sie sich vor dir ekeln oder irgendwie sich keinen Kontakt mehr zu dir wollen. Frauen machen mittlerweile ungefähr ein Drittel aller Wohnungslosen aus. Leiterin Isabel Schmidhuber beobachtet einen rasanten Anstieg. Gerade bei Berufstätigen, Alleinerziehenden und jungen Frauen wie Nadine. Wir platzen aus allen Nähten. Wir könnten Zimmer zweifach und dreifach vergeben. Wir müssen ganz viele Frauen abweisen. Frauen von außerhalb, die bei uns anrufen oder uns eine E-Mail schicken, müssen mittlerweile sagen, bleiben Sie, wo Sie sind, kommen Sie nicht nach München. Weil hier werden Sie verelenden. Nadines großer Wunsch, eine Sozialwohnung für sich, das Kind und ihren Freund. Doch das wird dauern. Obwohl sie schwanger ist, gibt es keinen Platz für sie. Denn Wohnungslose konkurrieren mit Studenten und Geringverdienern um die wenigen Sozialwohnungen. 3.200 können jährlich von der Stadt München vergeben werden. Demgegenüber stehen 24.000 Antragstellungen. Auch Sinica Galić ist wohnungslos. Der Slowen ist seit über einem Jahr in Deutschland. Wir begleiten ihn in die Migrationsberatungsstelle für Wohnungslose, Schiller 25. In Slowenien war er arbeitslos. Dabei ist Sinica Galić sogar Zahnarzt. Er ging mit großen Hoffnungen nach Bayern, wollte sich ein neues Leben aufbauen. Er fand auch schnell Arbeit. Allerdings nur als Altenpflegehelfer. Seine Approbation als Zahnarzt muss erst anerkannt werden. Das dauert. Und bis dahin hat er nicht genug Geld für eine Wohnung. Seit der Arbeitnehmerfreizügigkeit in der EU hat sich die Situation auf dem Wohnungsmarkt verschärft. Allein 2015 kamen rund 175.000 Rumänen und 148.000 Polen nach Deutschland. Dicht gefolgt von Bulgaren und Ungarn. Als EU-Bürger dürfen sie hier arbeiten, aber sie sind meist prekär beschäftigt und haben erst nach fünf Jahren Anspruch auf Sozialleistungen. Vor allem für sie hat München ein Notfallquartier für die kalten Monate eingerichtet. Den Kälteschutz in der Bayern-Kaserne. Fast 1000 Betten von 17 Uhr abends bis 8 Uhr morgen stehen hier zur Verfügung. Für die, die sonst auf der Straße schlafen müssten. Gratis. Münchens Devise? Keiner soll hier erfrieren. Auch Galić nutzt das Angebot in der Bayern-Kaserne. Bei minus 14 Grad bleibt ihm nichts anderes übrig. Für die Bayern-Kaserne, du musst ganz eine kaltes Nerven haben, besser zu sagen, einen Plan. Wieso hast du hier gekommen? Ich mache diesen für meine Familie und das ist im Endeffekt die wichtigste Sache. Auch rund 10% Deutsche nutzen das Notfallquartier für die Nacht. Wie Greta. 30 Jahre wohnte sie in einem Einfamilienhaus in München. Dann wird sie rausgeklagt. Seit einem Jahr ist die 62-jährige Krankenschwester wohnungslos. Im Sommer schlief sie draußen. Ich habe vieles, aber nur kann ich mir keine Wohnung leisten im Moment in der Situation. Das macht wütend, oder? Nö. Erfahrungsreich. Ich bin zwar alt, aber ich habe dieses Jahr, dass ich jetzt auf der Straße bin, sehr viel gelernt. Und habe noch meinen Beruf, Gott sei Dank. Und darf mich jetzt hier im Bayerischen Hotel der Stadt München einquartieren. Das, was von ihrem alten Leben übrig blieb, hat Greta eingelagert. Sie lebt aus dem Koffer. Ihren Kindern will sie nicht zur Last fallen. Meine Kinder wissen es teilweise, aber ich möchte, dass sie ihr Leben haben. Es ist in der heutigen Zeit schwierig, auch für junge Leute mit allem klarzukommen. Und ich möchte nicht, dass sie für mich da irgendwie was groß machen müssen. Anton Auer kennt solche Schicksale nur zu gut. Die Anzahl der obdachlosen Menschen in München steigt von Monat zu Monat. Pro Jahr haben wir einen Netto-Zuzug in München von ca. 25.000 Personen. Und die Stadt ist gar nicht in der Lage, dieses Problem mittelfristig zu lösen. Wir versuchen, das langfristig zu lösen, über Wohnungsbau, sozial geförderten Wohnungsbau auch in München. Aber es ist bisher noch kein Ende in Sicht. Zumal der Freistaat Bayern noch 2013 33.000 Sozialwohnungen verkaufte. 8.000 davon in München. Nun versucht die Stadt, den Fehler zu revidieren. Für 1,2 Milliarden Euro kaufte München knapp 1.200 Wohnungen zurück und will 3.000 neue bauen. Das ist weniger, als sie einmal hatte. Was passiert denn mit denen, die jetzt nicht die Wohnungen bekommen? Diese Menschen bleiben natürlich erstmal in der Wohnungssituation, in der sie im Moment sind. Die stehen auch nicht alle auf der Straße, sondern haben zum Teil eben einfach suboptimale Wohnverhältnisse. Aber es wäre letztendlich ein Versprechen, das nicht haltbar wäre, wenn ich Ihnen heute hier sagen würde, die werden wir tatsächlich alle unterbringen können. Thomas Moses hat Feierabend. Und wie jeden Abend verbringt er ihn unterhalb des reichen Münchens. Im Bett unter der Brücke. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Untertitelung des ZDF, 2020